Die Internationale Schule des Sports Wir werden eure Fähigkeiten testen, den Sensational One im Vergleich zu einem regulären Spielball der Größe 5 zu schießen. Wir verfügen über acht Hochgeschwindigkeitskameras, welche die Positionen der Markierungen auf eurem Bein, auf eurem Fuß und auf dem Ball aufnehmen. Die Aufnahmen des Bewegungsablaufs werden von einem Computer analysiert, um herauszufinden, wie ihr den Ball schießt. Der Ball ist schneller und es gibt einen viel besseren Spielfluss. Man kann den Ball weiterschießen. Ich bin überzeugt, dass es ein viel besseres Erlebnis ist. Der Abstand zum Tor wird vergrößert. Sowohl der Sensational als auch der reguläre Ball der Größe 5 werden verwendet. Solange die Bälle über die Torlatte geschossen werden können, wird die Distanz zum Tor weiter vergrößert. Der Test hat gezeigt, dass die Spielerinnen den Sensational viel weiter und auch höher schießen konnten, als einen Spielball der Größe 5. Der Ball konnte ganz offensichtlich weiter, schneller und höher geschossen werden. Die Spielerinnen freuen sich bereits darauf, den Ball im Training und in Spielen verwenden zu können, da sie bereits jetzt abschätzen können, dass der Spielfluss verbessert wird und es einfacher sein wird, den Ball zu schießen und Verletzungen vielleicht reduziert werden können.